und Hab sogar noch halt eben ja paar sachen auch vor Aber das kann auch relativ lange bei mir dauern dass ich sie überhaupt umsetze 7 Und nein hier ist jemand Ich hoffe er hat mich noch nicht gehört Und Hallo Freunde und hier sind wir zu minecraft skywars unser hier auf der map castle endlich auch mal wieder Frisches video frisch aufgenommen frisch hochgeladen Ich hoffe ich krieg das sogar heute hin dann habt ihr wenn dann zwei videos aber auf jeden fall ich bin ich war auch über die Ferienzeit bei meinen Großeltern hab dann da etwas gefeiert Und deshalb konnte ich habe ich leider ist auch nicht wirklich geschafft viele aufzunehmen Da ich die zeit total verschätzt habe aber jetzt bin ich wieder da und Habe sogar noch halt eben ja paar sachen auch vor Aber das kann auch relativ lange bei mir dauern dass ich sie überhaupt umsetze und Das soll jetzt hier so ein kleines video sein wie er so hallo ich bin wieder da Und auch noch gleichzeitig dass ich jetzt halt eben sage ja das vielleicht irgendwie was dieses jahr auch kommen wird starten wird je nachdem Wie es klappt so Okay gut ich glaube der ist hier nicht mehr oder ja Der ist hier nicht mehr Kann ich mir das wasser nehmen Einfach ganz normal hier runter Okay so jetzt habe ich das Und ich hoffe da hat hier auch irgendwas mal da gelassen auf jeden fall wo das direkt in die mitte gegangen Dann haben wir hier mal was schönes Ich packe jetzt erstmal das hier weg Dann das hier so Und Mehr gibt es eigentlich wirklich nicht zu sagen Dann Dann Jetzt halt eben versuche ich auch mal Dieses jahr jahresvorsatz hier für den kanal Ähm Aber in der woche videos zu bringen Baue ich mich jetzt mal hier mal hoch Wie sonst auch immer und baue mich dann rüber Denn ich finde von oben kommen ist viel besser Immer schön auf die kompassnadel achten Alter da könnte ich durchfallen okay Oder ist er gerade hier hingelaufen Ich weiß es nicht Aber wenn er jetzt da hingelaufen ist Dann ist es nicht wirklich toll So Okay Ähm Blöcke habe ich noch Oh Das war etwas gut Daneben zu springen Der ist aber wieder nicht da Alter jetzt laufen die alle von uns Weg jetzt Ehrlich Mann ey also Ich habe mich hier schon gefreut Habe schon klein gönig Äh Wieder geübt Damit ich wieder reinkomme hier In Minecraft Wieder ins kämpfen Und dann passiert mir sowas Hier laufen wir alle gerade weg Sind die entweder alle in die Mitte gelaufen Oder was ist denn jetzt los In dem ich das sieht mir gerade Über der Kompassnadel So aus Als würde die teilweise auch in die Mitte zeigen Also baue ich mich dann erstmal mal hier hin Und ich glaube dort ist dann auch Wahrscheinlich ein Weg zur Mitte Also wenn Der Anschluss dort Ist Dann können wir ja mal gucken Aber ich glaube das sieht jetzt nicht danach aus Ja die laufen jetzt gerade alle in die Mitte Und ich bin hier noch mit meiner Ja wie soll ich sagen Mit meinem spartanischen Equipment hier rum Hänge ich hier gerade rum Und der dort schon Und der dort schon full dia Warum nicht Warum nicht Aber es leben noch 6 Nächsten habe ich ja gefunden Oder ist es dort Da meinen jetzt gerade alle dass die in der Mitte Sind Ach man ich dachte das kriege ich hin So dann erstmal jetzt nochmal hier rüber Ähm Und schauen Und ich überlege gerade Ob ich mir vielleicht noch eine Spitzhacke mache Kann ich mir wenigstens Oh schon mal ein besseres Schwert Kann ich mir wenigstens irgendwas machen So irgendwie Jetzt mal ein paar dia Sachen Oder ob ich jetzt einfach so in den Kampf gehe Aber Sieht mir sehr aus Als ob ich so erstmal in den Kampf gehe Okay gut Dann muss ich jetzt erstmal runter Ich bleib erstmal hier Nämlich das sieht mir so aus als Perfekt den habe ich jetzt erstmal Ähm Okay Dann habe ich jetzt schon mal ein vernünftiges Schwert Das ist schon mal super Die behalte ich mal Daraus kann ich nur eine Angel machen Ich probiere es jetzt heute mal mit der Angel Ähm Und sammeln Hättest du einen Sattel gemacht Oder war da Irgendein Kit Was ich noch nicht kenne Ich weiß jetzt nicht ob es Schweinereiter gibt als Kit Aber Kann so möglich sein Diaz hatte der auch Pferderüstung Kohle Auf jeden Fall viele Werkbänke Die brauche ich natürlich So perfekt Okay Diamanten hatte da auch noch Das ist gut Die Schwerte behalte ich Die kann ich nochmal gebrauchen Das auch Ja und das war es so ziemlich Und den Kuchen behalte ich noch Notfalls Das TNT So Ähm Okay Eine Spitzhacke kann ich mir jetzt bauen Und das mache ich Weil ich habe hier schon mal alles bereit Und kann mir dann jetzt erstmal Noch was vernünftiges bauen Was ich jetzt auch Dazu verwenden kann Level zu bekommen Aha Dort ist er Der kommt gerade So ich weiß jetzt nicht Was der für Equipment hat Das muss ich auch noch gucken Okay Sechs Stück Ich hoffe mal Ich renne jetzt nicht in meine Richtung Sechs, sieben Acht Diamanten Und stelle ich mich mal so hin Dann müsste er ja aus dieser Richtung kommen Oder der ist über mir Ja der ist über mir Ach du Schande Jetzt kann ich das fallen lassen Oh nein 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 Alter das kann doch jetzt nicht wahr sein Verdammt Da falle ich runter Und sterbe GG Aber wenigstens zweiter Da habe ich den noch bekommen Also okay Ist jetzt halt eben mal So ein Kampf Mal so ausgegangen Also dann Sehen wir uns bei der nächsten Runde Und ich hoffe mal die verläuft Ja auch Vielleicht etwas erfolgreicher auch Bei uns Ja also dann sage ich mal Bis gleich Und ja hier ist mir jetzt Zur zweiten Runde Minecraft Skyros Und zwar auf der Smyver Ich glaube ich habe die hier noch nicht Gezockt Auf dem Kanal Und es ist auch Eine relativ kleinere Map Also wie ihr sieht Acht Leute passen drauf Und ich glaube hier gibt es sogar Drei Truhen Müsste eigentlich sein Ja hier gibt es noch eine Okay dann Packe ich jetzt erstmal Das Zeug auch weg Was ich jetzt nicht so unbedingt brauche Und gehe dann auch schon gleich los So Und Leider habe ich keine Dia Sachen Aber das müsste auch schon ausreichen So Dann Erstmal sortieren Leider auch kein Wasser Das ist etwas doof Aber wenigstens Ah doch Diaz habe ich Dann Überlege ich noch Komm dann Brauche ich jetzt hier noch die ab Dann Habe ich auch noch Dia Panzer Und Dia Schwert Was wirklich viel bringt Dann habe ich jetzt Sechs Sieben Oh nein Hier ist jemand Oha Ich hoffe er hat mich noch nicht gehört Okay gut die Person habe ich Perfekt Und die war sogar Enchanter Und sogar eine Enderperle Alter da haben wir hier Richtig viel jetzt gerade bekommen Ach die hast auch noch Komm die baue ich jetzt auch noch mal ab Die ich jetzt hier habe Und braucht dann glaube ich jetzt gleich dafür eine Truhe Weil ich gerade so viel nicht haben kann Ich gehe mir jetzt erstmal hier Alle Level verschen Dann habe ich auch wieder Platz hier Im Inventar So Sechzehn Stück Die Schuhe brauche ich nicht Das brauche ich auf jeden Fall Schutz 2 Schutz 2 Habe ich Okay Ja ist in Ordnung Was ich jetzt hier so habe Dann Jetzt mal ganz schnell mal ein Dia Panzer Machen Die Enderperle inzwischen hier hin Das was ich jetzt nicht brauche Das tue ich jetzt mal hier rein So Das behalte ich noch Das könnte vielleicht nur nützlich sein So Okay Das müsste in Ordnung sein Dann Tue ich mir jetzt hier nochmal Hier nach unten Die Fläschchen Mal jetzt mir nochmal schnell Die Erschwert Das reicht dafür auf jeden Fall So Jetzt haben wir hier ein Schwert rein Und Rückstoß Er folgt Zauberer Und Schutz Schutz und Heilbarkeit sogar Perfekt Perfekt Okay Dann packe ich mir da jetzt noch Steine hin Jetzt ist mein Inventar wieder voller Müll Jetzt von wo ist sie gekommen? Habt ihr jetzt zwei Enderperlen? Ja Ja Sieht danach aus Und dann baue ich mich jetzt erstmal In der Mitte ist der Überlege ich Soll ich mich da hinwerfen? Je nachdem was er hat Je nachdem was er hat Denn ich bin nämlich jetzt auch nicht gerade schlecht ausgerüstet Aber wenn der jetzt hier Schutz 2 Zeug hat Also er schon kombiniert hat und das alles Dann wird das jetzt auch etwas lustig Okay Einfach weiter wie sonst nach vorne Oder ist er gegenüber? Ich weiß es nicht Ich hoffe nur der sieht mich gerade nicht Ja der ist in der Mitte Nein der ist dort oben Ah dort sind die beiden oder? Och man die waren genau gegenüber Aber trotzdem Da war hier noch niemand Perfekt So dann habe ich jetzt erstmal hier auch die ganze Mitte Für mich kann mir jetzt erstmal das Zeug holen Und dann gehe ich später auch nochmal zurück Also nicht zurück Aber halt eben zu denen Und hoffe ich finde hier noch eine Enderperle oder sowas Nein aber Schneebälle So dann habe ich das hier So Ja das ist ganz in Ordnung Ist ganz gut was ich jetzt gerade habe Perfekt Perfekt Okay Trank Komm den nehme ich auch nochmal mit zur Sicherheit Das packe ich mal weg und tue mir jetzt mal hier Nahrung hin Und leider habe ich vergessen was mitzunehmen Leider Aber da hat sich darüber gebaut Dann brauche ich mich jetzt auch mal hoch Mich da jetzt auch mal rüber Nämlich so schnell kann er das jetzt glaube ich auch nicht Tun So Einfach mal rüber Weil Alter jetzt habe ich Okay gut wir sind aber wenigstens im Finale Ich habe mich gerade Total verschätze Nämlich Ich wusste gar nicht dass sie da gegenüber waren Aber ich habe sowas schon geahnt Ich habe jetzt auch nicht wirklich jemanden gesehen Gehen So Er ist mir hier rüber Ich frage mich wie weit ich bin Und ich frage mich auch wo der ist Ob er weitergelaufen ist Aber Der müsste auf dieser Insel sein Bewege ich mich da auch gerade mal hin So Wenn ich über dem Weg bin Dann baue ich mich da mal hoch Und versuche mich mal Als Wie soll ich sagen Mit TNT So Okay gut Der Weg nach oben ist frei So Dann Müsste ich jetzt genau über dem Weg sein Dann müsste ich mich jetzt genau da ran bauen So Okay Ist jetzt unter mir Der ist rüber gelaufen oder Der ist genau unter mir Okay Super Dann kann ich hier so TNT abwerfen Dann Müsste ich den auch haben So Oh Klein kommt jetzt gerade Ich habe ihm schon gesagt Dass sie gleich kommen Okay gut Der ist jetzt dort Ist glaube ich sogar noch verwundet Dann springe ich jetzt hier Meins Wasser Alter Perfekt GG Gewonnen Und Dabei noch eine Sauerei hinterlassen Yay Also Dann hatten wir jetzt mal Und mal eine erfolgreiche runde Zwar halt eben Habe ich mich mal verschätzt Ich wollte mal schauen Ob ich auch noch gegen die beiden ankommen Aber Morgen wird Werden auch ganz normal Wird auch ganz normal Ein video kommen Besprochen Und Ja Und dann sage ich mal Wenn euch Diese Folge Skywars mal auch wieder Seit langem Ein richtiges video Gefallen hat Gebt einen Daumen nach oben Und teilt seinen Freunden mit Und ihr könnt mich auch unterstützen Nämlich abonniert Dann sage ich Bye Mit Bye Bye